so da sind wir auch schon wieder nämlich jetzt in der nächsten aufgabe füge gegnern in ganz weit schaden mit scharfschützengewehren oder pistolen zu müsste eigentlich ziemlich simpel sein dazu gehen wir hier in ganz weit rein hier unten wie gesagt scharfschützen und pistolen müssen wir wirklich dran denken also ich glaube ich nehme pistole weil das glaube ich für mich persönlich am einfachsten so dann muss ich natürlich noch mal danke sagen ich muss halt einfach wirklich immer wieder sagen ich kann nur danke sagen aber ich werde mich ja auch bedanken nämlich morgen morgen ist freitag um 18 bis 19 uhr in dem zeitfenster werde ich halt definitiv ein skin verlosen also gern ein abo raushauen dann natürlich auch gerne ein like als krön und vielleicht sogar ein kommentar aber hauptsächlich wenn ich dir mit aufgaben helfen kann dann halt gerne abonnieren so die kollegen erst mal stumm schalten da kann ich eigentlich schon die runde beenden weil hier nichts scharfschützen nichts pistole ja er steht natürlich voll im weg ein headshot war dabei wie kommt er denn da durch er kann nicht treffen aber was wäre das denn geschafft er kommt durch aber ich nicht so in der rotz er schläft hinter der kiste das war es ja mal komplett aber das war gut gemacht egal nächste runde pistole oder scharfschütze ist holen oder scharfschütze scharfschütze ist der andere händler ist ob einer läuft 36er hätte kommt zum rechts ich glaube der andere versucht unten rum zu kommen da kann ich so jetzt aber bitte pistole ist oder scharfschütze das ist doch ein scherz warum leckt das denn immer zum glück habe ich ihnen dabei sehe ich nicht ganz so schlecht aus ja der steht da hinter der wand aber hatte bestimmt gesehen mann 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 die braunen stunden um zu reagieren die scheiß dinge aber mir geht es nicht ums gewinnen ganz ehrlich ich brauche nur eine pistole oder scharfschütze pass auf jetzt wieder nicht doch aber es legt übelst was sie sollten denn ich war auch mann aber wir haben schon auf jeden fall schaden gemacht können eigentlich nicht mehr viel leben haben ja gut gegen zwei ist natürlich kacke oh mann das ist mal richtig gelust hier so ich hole scharfschütze besser pistole ja pistole ist immer gut ja 100 schaden müssen wir noch machen ah sorry geht auf meine kappe so aber wie ihr gesehen habt einfach pistole nehmen damit schaden machen ich sage ich muss gleich nochmal rein vielleicht habt ihr mehr glück ich sage ein headshot mit einem sniper und mann hat es eigentlich schon also ich hoffe ich konnte ja weiterhelfen wie gesagt wenn du beim gewinnspiel mitmachen willst gerne mir ein abo da lassen gerne auch ein like da lassen muss aber nicht kein kommentar muss auch nicht werbe halt alles nett um gottes willen und eine freundesanfrage an yt-familyhack einfach eine einladung schicken beziehungsweise freundschaftsanfrage ich nehme die auch an keine panik und halt morgen im stream da sein von 18 bis 19 uhr so und in dem sinne würde ich sagen haut rein viel spaß mit den aufgaben ich muss jetzt hier nochmal rein also haut rein ich muss jetzt hier nochmal rein ich muss jetzt hier nochmal rein